willkommen bei smart liste in diesem video besprechen wir den die besten zyklon handstaubsauger test ich habe diese liste basierend auf meine persönliche forschung und meinung und ich versuchte sie basierend auf ihren preis qualität haltbarkeit und mehr zu verzeichnen wenn sie möchten den preis sehen und erfahren sie mehr über diesen die besten zyklon handstaubsauger test können sie kasse links unten in der beschreibung unten auf platz 5 haben wir die produkt 5 der marktführer unter zyklon staubsauger ist dyson die versionen sind in der regel ab 200 wurde zusätzlich bei der prüfung der dc 33c die auch größe als zwei liter fähigkeit über diese einschränkung und gehörte ebenfalls zu den teuersten beutellosen nahren in der prüfung im vergleich zu das billige desichten von philips die dc 33c befasst sich nur mit 750 watt die zusätzlich die saugleistung etwas auf dem boden als der rivale reduziert wurde jedoch der dyson noch erreicht eine hervorragende tiefenreinigung auf carpetings und arbeitete auch mit harten büden vertrauenswürdig und auch sauber die allgemeine gebäude und den bau des werkzeugs war speziell im test überzeugen die riesige kugel am ende von der zitze im gegensatz zu den rädern die die wettbewerber verwendet macht es wesentlich einfacher zu verwandeln und auch drücken ein extra großes plus im gegensatz zu den philips desichen ist die dramatisch viel besser staubreinigung der abluft so die brustwarze vollständig für allergie patienten vorgeschlagen werden kann um sicherzustellen dass in diesem fall die mehrkosten tatsächlich zeit auch können das mit geld die fette zubehör in der arzt der polsterdäse und auch gelenke oder möbelpinsel sowie die möglichkeit diese direkt an das teleskop pro anschließend überzeugen umzug auf nummer vier haben wir die produkt 4 clear maxx ist das einzige handvakuum dass die fähigkeit eine wünschenswerte zyklon staubsauger in der liste der testsieger zu schaffen gehabt hat zum selben zeitpunkt wurde auch das günstigste der sich im test das gardget hat keine bodenstation ist daher sehr leicht zu transportieren mit seinen 2,3 kilo aber immer noch erweiterbar über die steckerrohre bis 80 cm darüber hinaus das gerät ist ausgestattet mit einer kombination düse sowie es ist eine große und kleine runde bürste zwei löcher ein pinsel accessoire ein wenkeldüse und auch vier verlängerung saugschläuche sowie zwei adapter enthalten wenn es um geräte kommen gibt es absolut nichts zu stöhnen über aufgrund seiner gebäude und bau hat der sauger nur 700 milliliter fassungsvermögen und auch fünf meter kabelgröße ein wenig viel weniger als die konkurrenz dennoch war die saugleistung des 600 watt elektromotor in den test und auch das gerät punktet genau mit es ermutigend eine kombination aus guter saugleistung kombiniert wenn auch etwas schwacher als die anderen versionen mit die größte mögliche kompaktheit und einen wirklich günstigen preis auf platz 3 haben wir die produkt 5 aus der festen schmutz böse man könnte auch dd 5551 3 bestehen selbst als den besten zyklon staubsauger sowie schaffen es in die führenden keckliste in bezug auf preis ähneln sich beide modelle von schmutz gegner praktisch dennoch der 2,5 liter infiniti rebel bietet die größte kapazität im test sowie arbeitet mit einem etwas stärkeren 900 watt elektromotor mit fünf kilogramm ist es nur geringfügig schwerer als die dd 2224 1 die dd 5551 3 erreichten nur noch schlechtere werten in bezug auf staubausstrahl was bedeutet ist es nicht ziemlich so groß für personen mit allergischen reaktionen die werte waren aber zu viele verschiedene andere designts ausgezeichnet kontrastiert die mangelhaft in heischschur zu haben mit dieser version erhalten sie ein low cost zyklon staubsauger mit großer kapazität sowie sehr gute saugleistung die geräte sind ein wenig dünn unten doch natürlich können beliebig ergänzt werden dennoch wenn sie viel leistung sowie ein großer schmutz behälter zu einem erschwinglichen preis suchen sind sie gut vorgeschlagen um dieses modell zu kaufen um zück auf nummer zwei haben wir die produkt 4 das modell des staubgegner ist ein billig zyklon staubsauger jedoch konnte auf ganzer linie überzeugen und daher den preis leistungs sieg in seiner klasse schmutz gegner dd 2224 1 ist der effektivste zyklon staubsauger und auch eine prüfung victor unter den niedrigeren preisen geräten betrachtet werden kann das vakuum ist effektiv aus und arbeitet auch mit einer 700 watt motor darüber hinaus bündeln mit einer umschaltbare bodendüse eine parkettbüste eine harte bodenbelagpinsel und eine 3 in 1 kombi düse auf dem rohr eine gründliche gerät an bord aufgrund des reduzierten gewichts von nur 4,5 kilogramm ist der brustwarze zusätzlich sehr beweglich und auch flink die fähigkeit ist noch 1,8 liter obwohl der höher eine reduzierte saugleistung der bodenbelag als zb die modelle von philippse videoson hinsichtlich der reinigungsleistung und saugleistung bringt konnte das gerät dennoch im test überzeugen der wirkungsgrad des filters bestätigte auch ausgezeichnet in den test wenn auch ein bisschen schlechter als die viel teureren design modell gepaart mit einer füllung grad und reinigen der anzeige an form einer led liefert schmutz wie der sache ein sehr gut und schließlich die nummer eins auf unserer liste haben wir die produkt 1 die allerbesten zyklon staubsauger im test wurde direkt hinter dem philips power pro fc 8769 01 der verarbeitet mit einem leistungsstarken 1400 watt elektromotor sowie war in der lage diese kraft auf den teppich boden neben auf harte bodenbeläge im wahrsten sinne des wortes zu bringen als zweites gerät von philips erfüllt mit seiner großen technischen anwendung der funktionen teuerste modell gepaart mit ein wirklich einfaches reinigungssystem philips hat auch power kuklone technologie an bord welche zuverlässig trennstaub und luft für eine hervorragende reinigung effizienz darüber hinaus zerbrach das gerät punkte mit seiner asytoclean epa 12 schaumstofffilter der erfolgreich filterungen systemmikroorganismen aus dem abgasluft und auch die großen aktionsradius von 10 metern bei sieben meter drahtgröße darüber hinaus gibt es zusätzlich eine hartbodendüse speziell gute ergebnisse auf parkett und auch keramische fliesen in der prüfung zur verfügung gestellt wie immer sie die links der produkte finden haben wir in diesem video unten in der beschreibung unten besprochen dank für das ansehen unserer video bitte mag dieses video teilen und vergessen sie nicht unseren zukünftigen update kanal zu abonnieren